ja und willkommen mein name ist an die olp und ich begrüße euch zurück zur let's play tales of wesperia 1 gut ja in der letzten folge sind wir durch die ruinen von schaikos schaikos durch die gegend gerannt und haben uns den boss vorgeknüpft und einen typen gefunden der höchstwahrscheinlich nicht gut war also ja der diesen riesen golem auf uns gehetzt und ja rita hat gesagt sie meinte sie hat uns hier hingeschickt damit wir diesen diese große maschine erledigen können und ich komme nicht durch gut ja jetzt gehen wir erst mal wieder heraus weil wir sind diesen einen typen verfolgen hat angegriffen hat für linderschein auch nicht hier zu sein also ja noch kein grund mehr hier zu bleiben nämlich an kann ziehen schnappi der spieler noch rita warum nicht die nähe sind anfällig gegen feuer immer noch nur zwei dreck also nicht alle 50 was er immer noch weiter feuerball spam wenn es geht kommt ich mal noch platt boom boom so für die einzelnen feuerwehr sind ein bisschen schwächer aber okay schnappi der Das heißt, dass die Freunde von Tete in der Nähe sind. Ah, ja, der Dedecki. Sollte, woher du? Ich bin jetzt, dass ich mich für die Angelegenheit hatte. Angelegenheit? Woher ist der Mann? Ich weiß nicht, dass ich es im Hintergrund bin. Ich weiß nicht, dass ich mich auf der Seite habe. Ich weiß nicht, dass ich mich auf der Seite habe. Ich habe ein paar Tage gebrochen, und ich habe das schon mal einen Kost. Ich habe es auch einen Kost. Ein Kost. Ich habe das ein, mal gesagt, es ist das an die Städte. Ich habe es nicht so eine Wende, die für die Hände zu haben. Ich habe es nicht so viele Sachen zu verwenden. Ich habe es nicht so viele Sachen genommen. Ich habe es wirklich. Und ich habe es schon einen Rennen. Ich habe mir welche Sachen überrascht, und ich habe es gesehen. Was? 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 Ich habe jetzt nicht so aggressiv nach dem Flynn erwähnt worden. Ich habe gedacht, vielleicht ist er aber auch. Briss hat. frisst das weg oder sie ist ja so ist ja die formel anschein und das ding irgendwie ehrlich oder irgendwie rennt hier verstehe ich da irgendwann nicht ich verstehe es nicht mehr wird so habe ich überhaupt die richtig ich glaube ich habe ja voll falsch da oben war der ausgang dreck da vorne seiner zu zeichen weg muss ich sagen hatte null das hat das hat ja vielleicht ein sicht desto besser kommen mein gott wir kriegen aber auch ganz schön da will ja ne 14 mein gott liebes göttchen das ist aber ganz schön viel daraus ja immer mal uns zu erholen wieder diesen händlern ich sagen weil das schön billig und ich gehe wahrscheinlich sowieso noch mal asbio nach wie eine katze bekomme wenn ich mich da ausruhe warum nicht und das ja eigentlich irgendwie nichts geändert ich habe gut geschlafen und ich werde einen schönen tag haben dankeschön sowieso ja einige kämpfe machen also kann ich ausschließen vielleicht komme ich doch nicht in einen kampf dreck kaum nachdem ich jetzt natürlich sage eben ist ja gar kein problem mit sein ich habe nicht gesehen fällt der zerstörung fällt der zerstörung das sind erdboden nicht einen schock weil er beben geschwindigkeit er hat sich jeder stanz umgegner das meine ich habe es nicht gesehen neu zauber champagner bringer was aber unter ein gegner symbol das ist ja auch noch da schon blöd ist ja auch noch da na gut aber jetzt können wir einfach so dadurch so Ich habe ihn wirklich nicht gemacht. Na, du hast auch den Arbett-Durboeren. Du bist nicht so schön als Arbett-Durboeren. Uri ist nicht so nett. Du bist so ein Mann. Du hast mir mit dem K-Bereich, also auf der K-Bereich. Du bist zu meinem Arbett-Durboeren. Du bist so nett. Du bist so nett. aber sie gehen einfach so auf die stadt machen los und so lasst uns durch also passt ich habe die gruppe verlassen ok ich werde entlastet Ich habe meine Meinung, dass die Eure Leiter nicht von Ritter und Ritter in der Videobeschreibung gefallen ist. Was ist das Meinung? Ich habe keine Frage, was ich ein Eureiter als eine Eureiter? Als ich Ritter war, hat er mir die Probleme gemacht und es war sehr großartig. Wenn Ritter interessiert, wird es dich, aber... man muss ja ausprobieren heute jetzt ein reisepart macht er jetzt ne was macht er jetzt ich habe gesehen da unten war irgendwie gegangen kann man irgendwie ok da wir sollen zu ihren dings gehen zu ihrem labor machen wir das noch mal bitte labor was das was das 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 Ich glaube, ich glaube, ich habe auch gesagt, dass der Dedecki auch gleich gesagt hat. Ich glaube, es geht bis zum Norden. Was hast du gesagt, Trim? Ich weiß nicht. Was weiß ich nicht? Norden und Trim sind eine andere Stadt auf einem anderen Land. Hier gibt es die Stadt der Stadt, Kapua-Nord. Wir werden uns alle trennen. Ich habe mich sehr darauf gefertigt. Ich habe gesagt, dass ich es so lange aufhören. Ich bin sehr dankbar. Wie war das Wasser? Jetzt ist es so, dass ich in der Hälfte bin. Ich habe mich nicht so verletzten. 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 kann kommst du mit uns jetzt aber nicht schließlich und dann kommen das hat sich unser was jetzt möchte so etwas beschäftigt ich glaube ich schließlich uns an kommt so was man mit uns noch mal beim shop vorbei schauen ob jetzt neue sachen da sind jetzt kommt sie da wird Was? Was? Was ist das? Das ist das, was ich? Ja. Das ist einfach so einfach. Das ist gut. Du bist der Schilder hier. Ich möchte mich über die HALUR-Shyrto-Blastia sehen, weil es nicht gut ist. Das ist gut. Ich habe das, was ich. Ich habe euch geholfen, was ich? Was ich geholfen? Was ich geholfen? Ich habe mich geholfen. Ich habe mich geholfen. Ich habe mich geholfen. Ich bin mir sehr entspannt. Ich muss mich wirklich geholfen. Ich muss mich geholfen, wenn ich wirklich geholfen muss. Dann mach ich es. Was? Was? Ich bin ich mein liebensutgerät. Ich bin zuerst in den Jahren. Das war6. Ich bin meine am liebenswix. Ich bin mein liebenswix. Ich bin mein liebenswix. Ich bin der eigentlichen Freund-Kleisi. Du bist mein liebenswix. ich überlege kann man irgendwas mit dem ring machen kann jetzt da oben hin ich habe so das gefühl mit diesem ring können wir irgendwie diesen einen wald hier ein paar sachen anzünden weil da waren irgendwie so büsche vielleicht kann man die ja irgendwie wegen des hexas anzünden weil wir haben ja dann noch nicht alles erkundet aber ja noch so ein riesen wie ich irgendwie im hintergrund und ja ich gehe vielleicht mal da zurück dann habe ich jetzt nicht hochkalt neue sachen also ich werde neue sachen freigeschaltet wenn ich mehr objekte habe oder ich nehme an hey hier frei mit dem menü gruppenführer zu wechseln es gibt dir kein zusätzliches leben damit genauso muss das sehr gut als gewagert glaube ich würde ganz mit allen charakteren umlaufen gut wie das alter so wie komisch und jemanden der jünger war aber okay überhaupt nicht wir müssen soal wir können ja mal da vorbeischauen als erstes und dann gucken wir mal in diesem bald irgendwas machen kann mal schauen und lebt ihr alle noch also es ist mal tag hier er hat auf der seite jetzt haben wir spieler weitergehen weg hat so ein poster und steckbrief in diesem spiel auch das ist wirklich ein bisschen billig ja 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 Vielen Dank. ich habe ja schon alles erkundet also sie haben stopp irgendwas neues da immer nachgucken jetzt glaube ich hätte plus 1 jetzt habe ich meine ganzen charaktere natürlich nicht rocker plus 1 rückschritt verarzt der rüstung fange ich langsam an zu glauben geben einen nix sonn fähigkeiten nur schon alles da gewähren ich wollte sagen dass er noch bei uns so wieder was neues zu lernen aber kein neues schwert kette müssen wir rieter in unserem team haben streit kommen den namen war großachs plus 1 ich alles herstellen gut das ist nicht aktuell ich wollte das war bis alle wieder in unserem team sind ich muss ja warum steht es eigentlich zur wahl ob sie mitkommt oder nicht natürlich kommt sie mit wenn sie doch flimmen sucht ja 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 Warum ist es Ester? Nach dem Aspio kam, Karol riefst. Du hast mich verletzt, aber... Wenn du dich verletzt hast... Wenn du so richtig verletzt hast, dann werden wir die Gehirn nicht verletzen. Die Verkaufgaben werden sofort verletzen. Das ist für dich. Das ist nicht so! Ich habe keine Verletzungen! Was ist das? Das war's. Es ist kein Problem. Ich habe mich nicht vergessen. Und was habt ihr hier? Ich habe nur einen Tag mit ihm gehört. Ich habe nur einen halben. Ich habe nur einen halben. Also habe ich noch einen halben? Du hast gesagt, dass du sie nicht zufrieden. Du hast gesagt, dass du ihn nicht zufrieden. Es ist einfach, was du? Du bist so ein Mensch. Du bist nicht so ein Mensch. das irgendwie die elfen in diesem spiel es ist es ist es 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 Okay, wiederbelemmung ist baum. so wollte sagen wir unsere charaktere wieder ein kerl war ja unten glaube ich jetzt nicht mehr verdammt einfach jemanden die fresse geschossen ich kann den auf die frisse hauen okay Ich bin kein Mann von werfen. kanal Hey, da links ist was? Overlimit. Du hast es gut. Du bist nicht ein Zeug. Du bist nicht so, was du. Du bist nicht so, was du! Was ist das Über-Limit? Du bist ein Geist zu erzeugen. Was hast du gemacht? Ich habe mich vergessen. Du bist dummer. Du bist ein Kind. 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 Oh auch wenn man angegriffen wird jetzt immer jetzt kann man einfach angefangen hat nacheinander ausführen doch mal her um begrenzt geil ja jetzt gehen wir unsere kleine rache ich bin nicht mehr so leicht zu töten wie jedes mal letztes mal hier geblieben aber wir sind eine das kann ich aktiviert warum berita schaffst du jetzt überleben ja alle jetzt so kommen mehr als ein ganz unendlich angreifen das war einfach ich dachte juri meint uns sehr gut gemacht männer die erste von uns sind frauen oder mädchen 15 nein ich habe noch nicht gekauft ich habe noch nicht gekauft man ich habe mir da い ich habe ich bin ich bin aller ich bin ich glaube ich hatte irgendwie eine chance gegen die haben der stellung köln weiter verein nicht wieder vereinigt muss jeder kleine knirps so nicht ein kompliment das ist ich mich ein noch mal und ich nehme an das wird dann halt gehen wir noch mal kurz zurück ob da die sachen verkauft werden wenn die da sind sie sehen können dauert ja nicht lang kommen so heißt es wieder an seinem platz sowieso verkauft sie sachen nicht wird plastium erst und nehmen uns pulver hat man das hat fahrts und stärke und ausweichen da hat eine stärke sehr gut und das hat kritische abwehr verteidigung und abwehr plus wirtschaft also hat immer mehr nehme ich an sehr gut kann man nicht erstellen wird weiter ich gucke ob ich zurück in den wald gehen kann um weil ich die sträucher da irgendwie anzünden kann oder so vielleicht ist eine riesige fieber bekämpfen müssen irgendwie hat man dieser rick oder richard aber auch immer der hieß wo wir den ob das irgendwie so ein riesen monster ist dafür erledigen müssen für den da war ja irgendwie giganto monster oder irgendwie sofort nehme ich an und ja machen wir das weg regita und repeat habe ich ja auch größere wieder hat angst vor peter angst vor ist genau ihr besser vater knopf werden diesen angriff einfach laufen hat der stärker wert wird juri dann schon wieder so wenig ap tp war 7 hat man tun die ja nicht verwenden nicht verwenden also sagen im ding zwar hat nämlich so jungen alter das wird auf wie ich mache ich mal fähig warum habe ich gegen diese gegner so probleme so ist da eine gerade vorbei gelaufen war ihre angriffe sind zu langsam ich komme nicht und dazu die anzugreifen stärke verharzten widerstand italien kritische abwehr kreuz konnte nichts anderes ist eine vitalität verteidung sind ganz schön geile passive fähigkeiten mit der art so wenn ihr mich fragt ich speichern bevor ich hier weiter mache einfach noch weil ich ein bisschen schiss habe vielleicht kommen wir auch gar nicht weiter aber die beschützung der weg oder auch nicht schifte leise schifte was was war 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 ich bin ich dazu ja mit ihr anzugreifen warum glaubt mich jetzt einen schritt nach oben gegangen und ich komme nicht darin und hat vier erfahrungspunkte und diesen viechern hier stärker jetzt passiert nicht ich bin ich hier ein schieße weiter auf zum hafen das mit dem ring des hexas kann man jetzt hier die sachen verbrennen nein wenn ich mal ein bisschen wo einmal hingegangen sind und es gesagt wohl nicht da lang war war so so we're we're so Ich weiß nicht, dass der Schuss nicht so gut sind. War das hier ein Schuss? Ja, ich habe es. Das ist ein Problem mit dem Menschen, die Schuss nicht in den Schuss. Die Schuss ist nicht so gut. Ich weiß nicht, dass ich die Schuss auf den Schuss aufgett habe, aber ich weiß nicht. Der Schuss ist nur nicht. Ich habe schon gesagt, was er gelegt. Wer ist der Schuss? Ich bin der Mann, der ich bin der Gilder. Ich werde die Daten mit dem anderen. Ich werde auch einen Schaden sehen. Ich bin ein Mann, das ist ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Ich werde auch gehen. was denn da los nur einen schritt weiter schottos mal der war ango in so einem wacke de moraita juli schilder ehrlich magie und so weiter ist es normal aber drachen da sieht die grenze ok ja noch feier hört man warum gehen wir auf den los deswegen naja dann kann man nicht das war dann alles läuft aus dem ruder genau ob die ritter so einfach war als wir gegen die gekämpft haben karl hat die gruppe verlassen wenn ich nicht nämlich schnappen wir wissen ja nicht weniger was zum drucken haben ruhig weil haben ich wollte eigentlich nicht weiter und dann geht schon weiter Ja, das ist ein Frickid. Ich dachte, ich bin jemanden zu denken und zu arbeiten. Was? Der Schildo-Brustier war so ganz schön. Das ist so schön. Ist das noch ein Vergnügen? oder war schon wieder warum wir dann eigentlich so warum erzählt denn niemanden hat Das ist dann. kann man noch mal wieder vor der lange part so wie redet sie mit diesen dingern als wäre sie werden die irgendwie am leben oder will ich mir nur ein wer ist die sondern Estelle, ich habe mich interessiert, aber was ich? Kann ich auch mal sagen? Ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, was du bist du Karol? Es ist ein Name der Frau von Karol, oder? Vielleicht ist er der Frau von Karol? Nein, 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 nein! Nein, nein, nein? Wenn ich mich so falsch verletzen, dann wird es sicher sein. ok das wird zwangsfreundschaft irgendwie klingt das so riesenkäfer egal speichern so lange wollte ich eigentlich nicht mal über zur juri gewechselt man es auf damit man da wirst du dann feuerbälle sofort einsetzen geht doch mal weg von mir immer auf die drei anderen leute die neue kämpfen wo ich erreicht die nicht wir haben angriffen sind so langsam gegen die jetzt wirklich verarschen ich durfte mein gott der drachenreiter da kann ich glaube ich da war erst mal eine pause billi balli blot vorhin Es ist egal. Ich kann es nicht wiederholen. Ich kann es natürlich nicht wiederholen. Das ist ein Problem. Karol, bitte. Es ist so gross, Lisa. ja ich hätte ehrlich gesagt mit speichern da war will man nicht so weil ich ihnen steuer ja okay aber schon lange mehr im kampf jetzt gehen wir mal ein bisschen schneller zurück mit der lustige entspannende reise was bliebeste ich gehe mal zurück weil das scheint irgendwie der richtige weg zu sein nämlich an dreck ich will speichern und die partner ist gesagt aber ich habe ich nicht so viel glück gerade wollte ich habe ich noch gar nicht erkundigt wir gehen die magischen augen ausgabe ich meine stadt nur 1 und hier steckt gar nicht mehr auf damit drei physischen angefangen die kämpfe auf jeden fall stelle ja noch schwer oder jetzt habe ich nicht mehr sorgt für außer der anfang war wirklich dann schwere im spiel wir werden als barriere bastia das ist das ist das ist Ich glaube, ich glaube, es wäre eine große Bedeutung für Ritter. Ich glaube, es wäre ein kleineres Problem. Ich glaube, es ist ein Problem, dass Blastia nicht so gut ist. Ich glaube, dass Blastia nicht so gut ist, dass Blastia nicht so gut ist. Ich glaube, das ist das beste. Die Stadt, die Blastia nicht nur die Bedeutung der Blastia verletzten, ist ein großer Bedeutung. Ich glaube, es ist gut, dass es gut zu retten. das machen wir franziska schöner so kann man wieder sachen ja zauberhaupt wäre cool nein schon wieder neue gegner ich hatte elf okay ich habe eine einzige vertan alter alter hat mein gott hier ist eine firma ein wenn ich gerade nicht gucke der renn schon wieder weg weg vor macht die eigentliche er war fast voller ap naja direkt die ganze dungeon ja machen wenn wir schon dabei sind ja schon hier drin sind naja das ist es weiß ich jetzt wo ich hin muss das war ein bisschen weil du mit einem dafür sind die dinge habe ich schon gewohnt aber unter dem porträt sein könnte ja die bilder sind so vier also gewundert warum da nichts drin ist dafür ist ja dann sieht man wie viel übernimmt man noch hat dreck sind aber ganz schön schnell verändert über limit was in jedem kampf einsetzen kann wird zum tp wieder zu regenerieren und endlich angreifen kann nur um sie dann wieder alle zu verpacken diese dauernde wegrennerei geben wir ein bisschen auch wenn das war ja mal kommen wir hier lang gehen also mal jetzt hingegangen da sind wir eingegangen nee dann hast du sagt hast du hoffentlich um dank des lebens das speichelpunkt sagen werden wir ja schon wieder so ätzend langen paar tagen ja 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 ich hoffe wir bekommen irgendwann mal karakter die auch mehr drei angefallen sitzen können wir verleihen ich glaube ich habe noch nie es zell gespielt ne dreck verharzten gelernt gut okay da teilt uns nicht so er schon wieder alles gelernt wie der am schnellsten objekt pro fahrzehn so gott haben welche partie ist vorgesehen was wieder wenn wir den riss hier kunden und ja ich bleibe mich als zu tun sagt tschüss bis zur nächsten frage